Die Wüste lebt. Nein, Verzeihung, sie rockt. Zum Beispiel in Mauretanien. Sängerin Noura Mintzemali kann aber viel mehr als Wüste. Sie war auf Platz 1 der europäischen World Music Charts und hat Konzerte auf der ganzen Welt gegeben. Als sie klein war, gab statt Kindergarten zu Hause Gesangstunden und Unterricht auf der Ardine, eine Harfe speziell für Frauen. Ich stamme aus einer Familie von Berufsmusikern. Wir haben von klein auf gesungen, die Ardine gespielt und Musik gemacht. Familien wie unsere nennt man in Mauretanien Krios. Sie sind sehr angesehen. Und wie es sich für Krios gehört, haben Noura und ihr Mann Jack jahrelang auf Hochzeiten gespielt. Noura aber ging es um mehr. Sie wollte raus, andere Länder sehen. Hat geklappt. Sie und Jack bereisen heute die Welt und spielen ihren gemeinsam mit dem US-Schlagzeuger Matthew Tinnery entwickelten Wüsten Fusion Blues. Durchaus ungewöhnlich für eine muslimische Frau. Sie hatte Glück, dass ich ihr Ehemann bin und wir denselben Lebensentwurf haben. Ansonsten wäre die Sache komplizierter. Für uns Moslems ist es ungewöhnlich, dass ein Mädchen alleine auf Tourne geht. Aber weil wir uns kennen, hat sie die Möglichkeit, all das machen zu können. Ein anderer als er hätte vielleicht Probleme damit, permanent reisen zu müssen. Das ist eher schwer in Mauretanien. Mauretanien ist bitterarm und besteht zum größten Teil aus Wüste. Ein bisschen sieht es dort aus wie auf dem Wüstenplaneten aus Star Wars. Starke, selbstbestimmte Frauen seien dort aber durchaus üblich, sagt Noura. Klar, dass sie und ihr Mann ein gleichberechtigtes Paar sind. Eins, bei dem sie den Ton angibt. Beim Plattencheck kommt westliche Musik auf den Teller. Eine Inspiration für beide. Von Vanistas. Erinnert mich an unsere eigene Musik. Es gibt Parallelen. Das kenne ich. Das gefällt mir. Ich mag das. Ich kenne diese Musik, seit ich ein kleiner Junge war. Das ist Jimi Hendrix. Diese Musik ist zu Recht anerkannt. Das ist Jimi Hendrix? Das ist Kraschowski, der Rekord nicht. Boah! Hey, wo? Hey! Boah! 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 Hey! Jack spielt die gleiche Gitarre wie Jimi Hendrix, eine Fender Stratocaster. Diese Gitarre steht für die Offenheit im Sound von Nura Minse Mali. Ein westliches Instrument, in dessen Hals zusätzliche Bünde eingelassen sind, damit sich die maurischen Tonfolgen greifen lassen. Jetzt live in Tracks, Nura Minse Mali. Musik Zerni ZEZEN NIE Everybody, hey! We Settle-Ni Viya and the Paseer God of you to send me has this... We've a need for ... we've a need for design We've a need for... we've a need for.... Tracks ist noch nicht vorbei. Wie immer geht's weiter im Netz.